Ach komm. Na was denn jetzt? Wohin? Scheidet euch doch mal. Da ist ein Panther hier an. Oh, die haben heute gewordet. Ach, der Tower steht hier am Norden. Das ist eine Kette. Ah, anders kommt's. Wohin denn? Ey, wieso geht die Scheiße? Hahahaha. Was tun wir hier gerade? Ach ja, ich glaub das nennt man Epic Fail. Ach so, bei dir läuft's schon. Ja, ja. Ah ja, das ist ja super. So, also, dann herzlich willkommen zu einem neuen Ründchen League of Legends. Ich versuch mich heute mal im Jungle als Melfight. Mit spielt natürlich der Bananen-Fan als Tristana. Wo spielst du denn? Du spielst als ADC? Ist klar, ne? Ja. Ich hab in letzter Zeit so oft Tristana in der Mitte gesehen deshalb. Namensvorschrift spielt als Trash-Support. Ja, will noch nix sagen. Heißt im PS auf jeden Fall die Wurst in der Wurst. Ja, ganz genau. Super lustig. Ja, der Gaffic Phantom, der Vampy spielt als Wölven auf der Top-Lane. Ja, mönnt. Hallo natürlich auch an deine tollen Abonnenten, die hier alle zuschauen und auch bei mir auf dem Kanal vorbei schauen. Ja. Nishin spielt natürlich auch mal wieder mit als Set in der Mitte. Hallo. Hallo. Hat als Gegner auf jeden Fall schon mal Katharina. Ja, die müsstest du zerlegen, oder? Ah ja, sicher. Ja, des Weiteren haben sie... Keine Ahnung, jetzt bin ich ein bisschen verblüfft. Ein Trash als Support. Pantheon im Jungle. K6... Ja, schwierig jetzt. K6 wahrscheinlich in der Mitte und Yasuo auf der Top-Lane, aber es könnte auch andersrum sein. Atrian, jetzt musst du dich beweisen. Moment mal, die haben gar keinen AD-Carry. Ne, nicht wirklich. Wer ist denn der ADC? Was hab ich denn jetzt hier für einen Trash gerade gesagt? Ich glaube, Yasuo ist Bot-Lane. Ich bin mir eigentlich nicht ganz... Entweder Yasuo oder K6. Einer von beiden. Atrian beweist dich mal als richtiger Support, ohne Skin. Wird mei. Das passt schon. Ich brauch alles Skin, um gut zu sein. Katharina ist ja in der Mitte, also wird... Ja, ich denk mal. ...der Yasuo als ADC wahrscheinlich sein. Ja. Und ich glaube, dass wir einfach nur im Early aufpassen, im Late-Game haben wir eigentlich schon gewonnen, weil die gar nicht an mich rankommen. Hey du Wurst. Was hast du für einen Rechner? Und achso, ich kann dir gerne ein Bild schicken, aber zufälligerweise esse ich gerade eine Geflügelwurst. Das macht nichts. Jede, jede Art von Wurst ist saukool. Ja, durchaus. Auch Weißwurst. Zumal wenn sie aus Geflügel ist. Hm. Lecker. Na gut. Adrian, dein Taschenrechner läuft noch, ne? Und deswegen. Achso. Ja, 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 sorry. Mein Taschenrechner kann nicht schneller. Mein Hamster im Rädchen kann nicht schneller laufen. Der hat in letzter Zeit ziemlich zugelegt. Hm. Mal wieder auf die EZ setzen. Ja, aber der Casix ist auch noch nicht bei 100%. Also Stress nicht. Doch, es geht schon los. Oh. Wie jetzt? Es geht schon los. Okay, ich wollte schon sagen, dass ich wieder am Ladebildschirm festhänge. So, dann kaufen wir einen. Zack. Mit welchem Spaß fange ich denn diesmal an? Wir fangen noch mit Doren zu an, oder? Oh. Ich bin beim Blue Buff. Ne, beim Blue Buff fange ich an. Gott, dieser Supporter, er bewegt sich keinen Stör... Eigentlich. Ganz ruhig bleiben, ja. Ich habe nur einen Holz-PC. Noch? Musst du die Frames einzeln schreiben bei dir vorher noch? In der Texttabelle, damit du das irgendwie... Ja, natürlich, klar. Ich meine, ich habe so eine Minecraft-Grafik. Also bei mir ist alles schön eckig. Ich kann genauestens berechnen, wo ich welchen Skill hinschießen muss. Bei Trash und Blitzcrank immer ganz hilfreich. Damit es richtig oldschool wirkt, hast du dann dementsprechend noch so eine Hexagonal-Grafik dann. Also sprich alles nur so in Rauten. Einer logisch, ja was singst du denn? Keine Ahnung, die Figuren hüpfen dann einfach nur von Feld zu Feld weiter. Ja. So. So. So, Artyran, ich hoffe du vieles den Gegner ist mit Trash, damit du zeigen kannst, dass Skin einfach nur besser sind, also mir helfen. Ja. Ach was, das liegt alles am Namen. Boah. Ist die Wurst gleich erledigt? Gut ist er noch nicht. Ja weiss, Let's Play müssen auch irgendwo mal essen, ne? Ja. Wir haben ja so einen Zeitdruck. das ist echt so war halt nach der arbeit habe schon länger gearbeitet und nicht heim wurde gechillt damit gleich trainieren gegangen jetzt sollte ich mein zweites ründchen das freut mich hat sich ja viel habe ich heute zu hause noch nicht gemacht also wenn du wenn du training als schön bezeichnest dann das toll wenn ich mir das so überlege allein schon dass das 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 bureau let's play bei mir ein bisschen das durch hatte und gerendert und alles fertig und jetzt endlich auch alles hochgeladen das hat über ein halbes jahr gedauert wie gesagt problem ist mit beim letzten leitung wenn du scheiß leitung hast dann zwei jahre hoch ich habe keine lust ich hab mir 50k leitung ja allein ist das nicht gut bist du allein bist du alleine? ja bach man kann schon alles gar nicht mal malfight geht da manchmal so scheiße lahm durch den jungle nicht erwarte ich aber nicht dass das wieder so ein cooldown reduction malfight ist wie ich den vor kurzem hatte das ist krank das ist richtig krank ah greedy minions geh doch weg ja greedy minions ja die wollen mich jetzt aber wirklich hart ey boah das ist das ist heftig wir können ja gleich mal fighten ne wenn du triffst mit e mit flay wenn er trifft keine ahnung spot man aber jetzt preisen vielleicht er hat doch seine pixel minecraft grafik da kann er gar nicht verfehlen ja passiv ausgelöst heftig jetzt hat er verloren ich bin jetzt aber heute lust auf uns ne hallo la schaffe ich den red noch oder schaffe ich ihn nicht ah der fackt aber auch ab der jose ganz ehrlich au der josef für den jo was josef oh scheiße ah da war ein paar die auch oh ich glaub die haben mich gegangt auf der topland ja du kommst du bist boah adrian boah wusstest du bloß dass dir gegangt wurde ja ich bin voll der schörler wusstest du das nicht nee so das war eng ich entdecke ganz neue seiten an dir oh nischchen was machst du denn drüber nischchen 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 was machst du ja minions op ganz einfach woher ist er na mr op wand ja ja passt schon mensch kerle warum tagst du nicht den minion warum soll ich auf level 2 die minions denn die verdammt ja ja komm 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 alles ist oh man bisschen ich hab dich jetzt aber nicht irgendwie verunsichert mit du musst katharina besuchen oh moment ich hab hier ein äh ein pantheon und hier im jungle ja ich hab's gesehen du hast viel zu viel druck mein jungle ich hab hier ein pantheon, ob dein ich hab hier ein bemerkbar ja ich hab hier dann du kannst mich nicht wahr warte ich hab hier so gehockt ob ja es war also auch die ulti von elf weit blocken könnte nö schon das wäre sau miese ich glaube du chargten ja eigentlich nicht weil ich gehe durch und durch die ulti löst eigentlich nach ihm erst aus mhm der bestätigte nämlich jetzt aber ah natürlich ach so aus auf mir ist das problem gerade ich glaube auf voll ad gehen gegen k6 war eine scheißidee und natürlich kriege ich kein assist da sterb ich schon extra für dich und ich bekomme kein assist ich bin tot was soll ich tun wir brauchen ein gang das geht gar nicht das ist so ein scheiß broken champ die nerven ihn noch nicht ich finde das ist so lächerlich immer noch der witzige gebacken hallo der kostet so viel am anfang gehen davon nicht mehr offen los so ein scheiß ja ist alles noch open wir liegen jetzt ein spiel zurück hat kann das einfach frees und fahren wir können nicht machen weil reißen uns einfach und bei mir außer land ist natürlich ein super hoch das ist natürlich nicht der fall aber ja das kommt nach verzapten nein doch nicht so fertig wird bald meine minecraft grafik richtig schlecht das ist dann kann ich alles berechnen das ist der von mir gewohnt ne adrian ist der gewohnt oder ich gucke einfach nicht hin mit lernen jetzt erst erst das habt ihr ja jetzt alle gehört das war die beste aktion ey das war die beste aktion ja klar einfach mal nicht hingucken und trotzdem im überhook landen ich weiß zwar nicht was ich damit ich habe aber ich komme ja vorbei vielleicht springt sie dich ja an natürlich trifft er auch dann noch hier oben habe ich ganz derbe Probleme wer es ist es unterstellt wir aber alle Probleme in einem anderen Problem sind viel größer als eure ich habe immer in das Verband gefiedelt ein guter Ort bei der 6 angenommen ja so ein bisschen acid und ein bisschen speed vielleicht und ich glaube jetzt werde ich gleich gedivet aha nu trist dein Q nicht ja brauchst du nicht mal diven ich habe nur gewartet bis ich weit rausgekommen bin ja das ist ein Pseudo ja so Pseudo ach Malfight geht so scheiße durch den jungle ich werde abartig guckst du dir an du oh god du bist so tot also wenn du ein bisschen xp haben willst oben der tower wo kommt der denn jetzt schon wieder her ach hast du recht aber ich habe halt keinen mana weiss oh kata nächstes mal ist es bitte ne ok dann los blutst du eine ult ach Moment hast du noch nicht gedacht oh god das ist mutig da vorne am tower aber ich töte mich nicht ich habe ja gesagt ich töte mich nicht da kommt noch ein Pantheon der tötet sich jetzt Pantheon ich habe kein mana ich kann dich nicht helfen das war Pantheon ach Pantheon ich glaube nein du Gott ich mache da aber auch wieder was so wo ist der Hook wo ist der Hook wo ist der Hook der trifft eh nicht oh nein ich habe nicht hingeguckt das war alles ja das kommt davon wo man nicht hinguckt ich würde den Hook wo man selber nicht mit raus nähen nein, ich würde den Hook wo bist der Hook hab dich mit gerissen Bitch Bitch Guck mal ne Seele, die brauchst du doch nicht, oder? Ne, fünf Steine, ich hab keine. Was soll ich damit sehlen? Top miss. So, kommen wir jetzt mal in die Mitte mit uns. Ja, wir sind doch bei Dark Souls. Da muss doch so ein Serum hier. Ja, so ist er selbst. Passt auf, Leute. Du musst auf jeden Fall gucken, dass sie ihren Sprung raushaut. Ah, da ist er schon. Da ist er ja schon. Passiv. Die will nicht springen, oder? Ne. Oh, ich spring raus, spring raus. Mein Jump ist auf Cooldown. Wo, wohin springst du raus? Mein, mein Jump ist auf Cooldown. Hä? Ist das ein Bug? Ach, stimmt, ist ja auch so. Hab ich vergessen. Ist der auch beste Jump in der Liga, da kann man, äh, nicht raus. Top ist, äh, ne, doch nicht miss. Grad nur gewordet. Oh Gott, ich bin gejumpt, dann währenddessen muss ich abgebrochen. Mach keinen Scheiß. In der Mitte. Mal ein bisschen mein Vertrauen. Naja, bis Lowlife, so ne Situation hat man schon mal mit dir. Oh Gott. Ja, sie suchen gestern, ging's einfach. Geht weg von mir. Nein, ich glaub die wollen nicht treffen. Beide. Beide. Pass auf, Pantheon ist noch da. Daaah. Der Typ ist... Water. Wo bist du? Was? Ich bin erst der... Ja, der eine. Kannst vergessen. Der tut den Zweiten. Ja, vor allem wollte die Minions ja wohl den Überdamage machen. Gut Job und so. Danke für dein Vertrauen, Marco. Ich verspreche euch jetzt schon, KZX wird später widerlich werden. Widerlich? Hast du das nicht so schon? Ja, wird noch schlimmer. Noch schlimmer, okay. Hast du ihn gefunden? Wie viele Kills hat er denn so? Ähm... Drei. Okay. Wenigst ist... Oh Gott. Und Top fällt gleich. Hast du gleich geholt, Malfight? Nein. 15 Sekunden. Okay, gut. Dann bleibt mal in der Nähe. Er wardet der da jetzt? Ja. Er räumt den Ward da weg. Okay, gut. Dann bin ich mal so freundlich in Ward wieder rein. Ähm... Essence... Habe ich gesehen, oder? Go. Go. Auf die Ausu, bevor er mich weghaut. Oder auf die Trash. Ich wundere. Trash. Einfach sicher ein Kill nehmen. Aua! Und weg geht's. Und weg geht's. Nee, ne? Boah, voll das Hackcheating. War so richtig krass hart, ey. Echt jetzt, er flasht wirklich noch. Fuck. Ähm... Und der kommt doch weg. Oh mein Gott. Ohhhh, ohhhh. Sehr nice. Obwohl da... Und guck dich über die Wand. Oh, keine Sinn. Du bist tot. Oh, 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 oh. Oh, jetzt kommt dann so ne dumme Kette ran! Oh, hat die keine Zuhause, oder was? Die hat keine Zuhause. Alter, ich fäll so hart. Aber es ist... Immer wenn ich nur AdiCarybott im Spiel, kriegt man einen Troll. Es ist so logisch. Nien Troll. Der Troll kann ja ... bei normalen Arty-Carries, zum Beispiel eine Wayne oder ein Chilings das ist sowas auch nicht so kein Bruiser auf dem Botlane kann man mal ein bisschen Farm haben, ich kriegte null Creeps ich möchte jetzt keinen Druck machen Mitte, aber ich glaub du musst Carry weißt du auch, da kommt noch ein Rechenwanderer ja lass, lass mich irgendwann ja komm, wir pushen erstmal, wir sind eh erst unterlevelt oh, Dead Hook, Dead Hook Top ist weg hallo oh, jetzt wollen sie mich aber haben, da hat er extra Schurreda eingerauen für mich, für mich, ich fühl mich so geehrt äh, die kommen Botlane, glaub ich ok da sind sie halt auch schon ok, da sind sie alle ja, schubst mal irgendwie was weg oh, weil er will das überchargen hat, WTF oh, ich kann dir ja nicht helfen oh, nice dodge nice dodge ich wollt grad ulten, aber das wär glaub ich umsonst gewesen wenn Zed aufbaut kommt ist easy going eigentlich ich hab keine Ulti über der, also schließe ich, bin relativ gut zu müssen top miss ne doch nicht, der ist doch noch da wuuuuh ey, das ist doch echt niss das ist doch echt niss das ist doch echt niss ja, ich bin ja voll beschäftigt Ulti am Botlane, sorry Bro ne OF TODA naaaah, der ist ja Pantheon. Der sofort wieder wegläuft, das ist ja praktisch. Viel Support muss sein, aber es ist so harde Carry-Spiel. Ja, was ist los mit dir komischer AD Carry? Ich habe mehr Kills als du. Schlechter Support, ja. Ja, Riven gegen Farid ist nicht so einfach. Äh, nein. Vor allem, wenn du halt erst mal 3 Level unter dir bist und so. Das sieht ein bisschen scheiße aus. Jetzt geht die Mitte hier schon wieder drauf, ey. Top ist weg. Ne, da ist er doch. Achtung, der ist hinter dir. Ich komme auch mal mit, ich bin eh useless. Gib ihm doch. Achso, okay, du bist was los. Bist du drauf? Ja, eben deswegen, mit gib ihm doch komme ich da nicht sehr viel weiter. Aber jetzt hole ich auch noch, ey. Ich fass es nicht. Oh Gott. Niiiice. Ja, das Power-Shield hat's gerissen. Natürlich. Ja, natürlich. Ach, da war's denn alles mit dabei. Lack, Skill, alles. Ja, ich muss top erst mal decken. Ja, aber nicht zu zweit, oder? Doch, doch, doch. Ja, doch, klar. Der Supporter ist an den AD Carry gebunden. Seelen gebunden? Ja, ja, so seelengebunden wie bei WoW. Tut mir leid, ich kann nicht weggeben, das ist so ein dummer Bug. Hast du deine Ulti noch? Feige. Jetzt, jetzt auch check. Komm, auch check. Jetzt, jetzt auch check. Komm, wir gehen bitte. Ganz gesehn gewonnen, der Supporter. Und dann stirbst du halt erst mal. Na, ich hab Ulti und Barriere, ich müsste eigentlich nicht sterben. Achso, ich esse jetzt übrigens gerade eine Quarkkarte. Pff, Malzeit. Gut, dass du uns auf den neuesten Stand hältst. Kein Ding. Boah, das ist ein Noob-Supporter, seht ihr wieder cool. Das macht nichts. UAH! Unser Team, unser Team! Was mit dem Team? Was für ein Team? Ehm... Achtung, Achtung. Achtung. Ohaah! Häftig! Häftig! Oh, ich bin tot. Joach, das Game ist so ziemlich verloren eigentlich. Überleg doch mal hier. Komm. Ich hab noch die Anstattung. Ich hab noch die Anstattung. Ich hab noch die Anstattung. Hm? Ne? Knoppt. Mh, ich war's halt nicht. Mh. Mh. Jetzt will er mal wissen. Aber jetzt. Mh. Mh. Und, und, stirbt der, äh, stirbt nicht. Kzix, Kzix. Gib ihm, gib ihm. Gib ihm. Oh ja. Er hat keine Ult. Das... Ich komm trotzdem nicht ran. Musst nicht rankommen, wir mussten nur töten. Mh. Mh. Guck mal, geh selbst in den Wort. Oha. Bei mir. Mann. Ey, ich bin Supporter diese Runde. Ich krieg keinen einzigen Kill. Null. Gar nichts. Doch, du hast rein. Komm. Ja, wow. Ich kann aber damit nicht carry'n. Du trinkst mir ein bisschen an, Mensch. Ah, ja. Komm. Natürlich hat er in dem Moment seinen Jury. Natürlich. Immer. Doch, Mann. Ja, der hüpft weg. Ich hab noch was mitgekriegt. Oh, Gott. Meine Schuhe geht über die halbe Net. Mach das, ja. Danke. Ist halt Kzix, ne? Ja, der hat halt wieder so Minus-Cooldown drauf. Der muss es benutzen. Hey, hey. Hier ist ein Patriot. Hey, hier nicht. Nicht nur der. Achso, ich geh auch nicht zu mir. Ist aber nicht geil. Was? Ja, bei mir im Patriot. Achso. Komm, wir müssen von uns wegkriegen. Ach, komm. Na, was denn jetzt? Wohin? Da reg' ich mich auf, Mann. Scheidet euch doch mal. Da ist ein Panther hier an. Oh, die haben heute gewordet. Ach, der Tower steht hier an. Oh, das ist ne Kette. Ne, Kette. Ah, anders kommt's. Was? Ja, wohin denn? Ey, wieso? Wie gescheit? Wollt ihr nicht verdammt? Hey. Ne, 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 ne. Ah. Was tun wir hier gerade? Achja, ich glaub das nennt man Epic-Failen. Ja. Das war mal wieder nix. Was machst du denn hier? Was ich mache? Ich versuche wegzurennen. Das nennt sich so. Tristan, du hast gerade gefahren. Ja, weil die Minions mehr Worms sind. Du wirst weglaufen sollen. Ja, ist egal. Die Diven dich wie die Sau. Was? Im Im-Jungle-Diven beginnt das? Nein, ich stand hier vorne. Achso. Ja, puh, ist doch erst dasselbe. So, wir töten die jetzt schnell. Jo. Die ist in der Busch. In der Busch? Bams. Hm, die gewinner kommen ja alles. Oh, helft die, helft die. Jetzt geht's ab, ey. Kommt halt weg. Och, nö, ne? Ja, weil da irgendwas stand. Ey, die ist ja schlimmer wie ein Lies hin. Ne. Ja, da war doch irgendwas hier, oder? Wo ist sie? Keine Ahnung. Ich hab sie grad... Oh! Hat sie gefunden? Ich hab nen K gefunden! Leck mich! Wuhu! Da wollte ich jetzt noch einen. Das habt ihr jetzt noch davon. Friss meine Halt! Oh! Und noch nen Auto-Hit! Oh! Und noch einen! Oh! Alter, komm ey! Oh oh! Der will dich jetzt! Der will dich jetzt! Der will dich jetzt! Oh! Der kriegt dich sogar noch! Alter, im Gegensatz 400 kriegt sich der Angst. Ich hätte auch gedacht, dass du wegkommst, aber naja. Das muss man sogar sehen, oder? Habe ich natürlich überhaupt keine Ulti, oder jetzt noch Ulti. Wie die einfach alle wieder 2 oder 3 Level über einem sind im Hahn. Ich finde es einfach nur krass, dass man einfach nur Meta-Champs spielt und gewinnt. Das bin ich einfach so gemein. Was machen wir grad? Ihr spielt keine Meta-Champs. Meldbert ist kein Meta-Champs. Gut, Riven vielleicht ein bisschen, aber nicht wirklich so. Nee. Trash auch so. K6. Ja gut, Trash gehört dazu. Aber ich sag mal, die haben beide, ja? Die haben die Smart-Fed-Toten. Lass mal aufgeben. Das geht nicht so. Nein. Nein. Meist so zu sterben. set hier ach du gott er sei noch der einzigste der eine positive kd hat ach schlimme sache 2 11 2 geht gar nicht 13 36 das hört zu viel schlimmer ach Mist ich hab's verloren ich bin nicht als erstes mit zehn toten gewesen her das habe ich erfolgreich geschafft erfolgerungen auch von unten dabei aber auch wie sie die alle hinterher flaschen und der ane geht rein was zum teifel ich bin weg tschau kann ich echt aber ich hab überlebt es ist schön dann hat mein auftritt ja ach du scheiße da ist der fahrer sie in mp 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 ich glaube jeder denkt sich auch wie spielt die spielen gerade ein bot-game hihihi also es gibt games das sind die sind einfach geil aber es gibt auch games da nee da fass ich mir den Kopf ja da denkt man sich nur warum spiel ich überhaupt noch so ungefähr aber im nächsten game weiß man dann wieder warum man spielt auto uninstall button fehlt mir irgendwie sowas danke du hast du gut auf ey ich glaube die wollen dich jetzt glaubste auch aber weißt du was Fanta hat kein flash da der schon so oft gestorben ist jawoll wenigstens etwa es ist einfach ein schweiß k ach das passt schon das ist mein Buch mit dem Leben so war auch hier ist oder glauben wenn es klappt an dem an die Magie des Spiels sie werden auch gewöhnen Marken was aber das am Ende Hilfe! Hilfe! Haha, Bild unterbrochen. Friss mein Wort. Was? Ich dachte, der wird wieder hoch. Ne, die ist okay, geil. Hörte sie, der kriegt ein Reset. Ah, fast. Boah, da muss ja so ein dummer Teammate von denen auftauchen. Wie oft kann der mich hin und her stellen? Oh, das war eng. Leute, was soll ich tun? Ach, geh erstmal junglen. Passt schon. Ich meine, die sind abgelenkt mit unserer Base. Mach's so legal. Ja, wir deffen schon noch die Base mit zweieinhalb Leuten oder so. Ja, mit einem. Andertrag, jetzt. Ha, ich bin auch auf die 10 Tote gekommen. Oh, Moment, der eine hat schon noch 14. Oh, das ist heftig, das muss ich noch aufholen. Ja, ja, ich lege hart vor. Leute, ja, los, töten mich. Ich muss auf die 14 Tote kommen. Und der Powerhunk. Ach, schade. Ich glaube, sie machen Damage. Hey, das gibt's nicht mehr. Dann stirbt der schon wieder. Haha, so wettelwettgelötter. Nee, so kann man keine Wetten gewinnen. Ich weiß nicht, man sieht das auch nicht. Ich weiß nicht, man sieht das auch nicht. Ich hab soeben festgestellt, dass AD Rhythm voll für den Arsch ist. Oh, das passt schon. Wow. Und wen hooke ich? Oh, ich hooke jemanden. Ach man, ich kann schon mal in der Hote geben. Oh, die Runde will ich 100% umladen. Dann wird sich jeder freuen. Mal. Hier wird man geraved nach 26 Minuten, Teil 1. Ja. 14 zu 52. Also, man kann... Also, es startet halt damit, dass man die Wette beginnen muss, wer als erstes 10 Tote hat. Und dann einfach nur versuchen nachzufiegen. Oh, 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 er hat sie noch bekommen. Oh, heftig. Also, meine lieben Kinder, so macht man das bitte nicht. Im Sinne, bis zur nächsten erfolgreichen Runde. Nächstes Mal, also morgen. Haut rein, tschüss.